Hallo meine Freunde, da ist Sonny, da sind wir wieder und weiter geht's mit eurem Reaction-Vorschlägen. Heute reagieren wir auf Legolas, bekommt kein Foto. Ich bekomme leider auch kein Foto, da ich unter einen Mähdrescher gestern gekommen bin. Ja, musste ich mir selber ein Foto drucken und da habe ich mir selber geschenkt. Hab Stammfoto bekommen. Schön. So geil. Jetzt müssen wir uns erstmal über den Werbespot unterhalten. Der war gut. Also du hast deinen Text gekonnt, du warst super natürlich gewesen und ich habe mich... Ja, naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, eine sehr natürliche Rolle. Ich muss aber gerade sagen, in dem Moment fand ich seine Gestik, seine Mimik, seinen Stand, sein Verhalten ein bisschen unnatürlich. Also das würde ich als Punkt abzugeben. Das finde ich jetzt gerade nicht schön, vor allen Dingen, weil er gerade eine gezogene Waffe hat, einen gezogenen Bogen. Ist ein bisschen bedrohlich, vielleicht gehört das zu seinem Charakter von Legolas. Aber beim nächsten Mal bitte ein bisschen besser darauf achten, weil ich habe Angst, Potter. Richtig Angst, Potter. Und lieber Legolas, du willst, wie das Harry Potter kommt. Dann gibt es nämlich Ärger, dann kriegst du nämlich eine Narbe. Du warst super natürlich gewesen und ich habe mich so für dich gefreut. Wir vertrauten dir stets, nie hast du uns fehlgeleitet. Ja, Entschuldigung. Ja, ich weiß, Gemma's Next Topmodel ist halt auch wichtig für Legolas gewesen in der Zeit. Aber ihr müsst noch bedenken, das müsst ihr eigentlich positiv sehen. Er hat einfach mal Mittelerde gerettet. So, das muss man doch irgendwo, muss man das so mit einarbeiten, dass Legolas dafür einen Pluspunkt bekommt. Klar ist es doof, weil man sollte sich eh auf eine Sache konzentrieren. Ja, verstehe ich, dass es da Punktabzug gibt. Aber, jetzt mal ganz ehrlich, also er hat Mittelerde gerettet. Nebenbei. Und nebenbei noch Joey's Next Topmodel gemacht. Also, ja, schafft nie jeder. Das Weglaufen ist ja nicht unbedingt die Lösung. Derjenige muss vernichtet werden. Nicht jeder Job. Wird ein Job. Es ist einfach so, in diesem Business musst du eine gewisse innere Stärke haben oder dir müssen gewisse Sachen auch gleichgültig sein, beziehungsweise du musst da drüber stehen. Verzeih mir, ich hatte dich für Saruman gehalten. Ich glaube schon, dass du das Talent dazu hast. Ich hätte nicht zweifeln dürfen. Aber ich muss dir leider sagen, ich habe heute leider kein Foto für dich. Das ist kein Orkorn. Nee, das ist kein Orkorn. Das könnten die mit der Sirene, ähm, mit der Sirene natürlich, weil ich schon der Sirene gehört habe. Nein, natürlich nicht mit der Sirene, sondern das können die mit der Zwangsjacke sein. Ich muss sagen, also, finde ich schade, dass er kein Foto bekommen hat. Ähm, wie schon gesagt, ich soll, ich finde so seine, äh, sonst war er immer sehr natürlich. Hier ist die Haltung ein bisschen unnatürlich, sage ich jetzt mal. Ist auch ein bisschen gefährlich, mit dem Bogen rumzufuchteln, ne. Kann schnell mal ins Auge gehen, ne. Hab ich übrigens jetzt vor kurzem in der ersten Reportage gesehen. Ähm, da war der Kriminaldauerdienst unterwegs und da hat sich auch jemand ins Auge geschossen mit der Armbrust. Aber das ist eine andere Geschichte, deshalb aufpassen. Ähm, ja, als Pluspunkt würde ich einfach sehen, der hat nebenbei Mittelerde gerettet, ne. Der hat, äh, Frodo den Weg freigemacht. Sollte man als Pluspunkt sehen. Ich kann aber von Legolas am Ende seine Reaktion verstehen. Ich wäre genauso angepisst. Ne, war vielleicht ein bisschen brutal. Ähm, bisschen gefährlich die Sache, aber ich verstehe es. Ich, ja, ich kann es halt einfach verstehen. Und, ja, was hättet ihr gemacht? Wie hättet ihr Legolas bewertet? Schreibt es bitte mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Ähm, ja, ich hoffe, Legolas sehen wir dann im nächsten Jahr. Wäre schön. Von mir würde der eine Hose bekommen. Und ein Ring. Neun Ring. Hä 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 hä. Der eine, nicht der eine Ring. Klar, äh, 1.1 Ring, ne. Also, Day One Patch Ring. Der wird Legolas zu. Der wird dann aufstehen von Graben und sagen, was? Day One Patch Ring? Das wurde mir aber nie gesagt. Ja, da muss er wieder loslaufen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss und guckt unbedingt das Original an. Tschüssi.